Hey Leute, was geht? Der Pinky Brain ist wieder am Start und heute dabei... YOLO KING! Also auf seinem Kanal werden wahrscheinlich die meisten MW3-Videos hochgeladen. Das wird noch auf meinem Kanal hochgeladen, aber... sonst die anderen werden auf seinem Kanal hochgeladen, halt YOLO KING, wie er auch jetzt schon gehört hat. So heißt auch sein Kanal. Wollen wir Spezialheit oder Multi? Multi, online. Okay, dann machen wir jetzt Multi. Vor allen Dingen 181%. Sehr intelligent, okay. Wie... also ich mach dann ein... Wir werden einen Roll-to-Commander machen. Auf seinem Kanal. Das heißt, von Level 1 bis Level 80 halt zocken und ja. Und ihr könnt Love dabei sein. Jeden Tag sind die Roll-Videos da. Ja, wir machen jeden... also jede... halt... also kein Spiel wird ohne euch sein. Und wir werden es auch so machen, wenn wir jetzt in eine XP-Lobby joinen, dann... Wenn wir in eine XP-Lobby joinen, dann werden wir, ähm... halt... auch rausgehen, weil sonst ist es ja so praktisch... Man levelt sich da so ultraschnell. Ich hab... ich war mal in einer drin, wo... Und wenn euch das Video gefällt, bitte einen Daumen hoch oder einen Kommentar dazu. Ja, also... Uns sind Kommentare sehr wichtig, egal ob negative oder positive, hauptsache Kommentare. Ja. Dann wollen wir jetzt mal starten. Ich zock hier mit der ACR. Äh... so... Also wir werden das Road to Commander dann einfach machen von... Prestige 2 an. Und also... weil... Nicht auf meinen zweiten Account Pussyboy, sondern auf meinem Pinkybrain Account. Weil, ähm... wenn man ja... Ja, also wie schmeckt es denn das nicht? Weil wenn man ja Prestige drückt, dann ist ja eigentlich alles weg, außer halt diese Embleme oder so. Und die Waffenstufen sind ja zurückgesetzt und alles... also... halt... ja. Man hat auch nicht mehr irgendwie Flinkheit pro, sondern man hat wieder nur eine normale Flinkheit. Ja. Und deswegen, wir machen das einfach von Prestige 2 bis... ähm... Prestige 2 Level 80, deswegen... Also wir werden jetzt nicht auf einen neuen Account machen. Ich zock jetzt mit der ACR. Ja. Und mein Freund zock jetzt mit der G36... G36? Ja, G36. Ja, G36. Ja, G36. Ja, G36. Ja, immer noch. Ja, er ist überpinglich. Er kommt mit seinem C. Okay, das war jetzt... Extrem Aim Fail. Alle laufen hinter mir, ja. So, nochmal Extrem Aim Fail. Boah, Alter. Was für Aim Fail habe ich denn? Boah. Mann! Mein Aim Fail zu extrem, Alter. Ja, endlich mal. Endlich mal mein Erster. Okay. Ich bin ganz der Rate. Ja, und ähm... Bei den Road to Commander wird auch immer unser Geolocking dabei sein. Da werden wir dann immer... Aber machen... Dass einer dann zockt, halt. Und ähm... Der andere dokumentiert dazu. Ja. Also es wird immer nur einer zocken, weil auf geteiltem Bildschirm ist man nicht so gut. Deswegen. Außerdem für den zweiten Player nützt es ja auch gar nichts. Der kann sich... Der levelt sich zwar auch, aber... Das wird ja sowieso wieder gelöscht, seine Erfolge. Boah. Was ist denn heute los mit mir? Aber... Wieso hab ich so extremes Aim Fail? Und P90. Also ich nehme mit... Ein Kampfschrauber, Tieflieger und A1330. Ein Film. Ach schon, Alter. Wenn ihr Vorschläge habt, schreibt das bitte in einen Kommentar. Jo, also wenn ihr euch wünscht, dass wir... Also wir haben jetzt noch Dokumente an euch angefangen. Wenn ihr euch wünscht, wir machen... Dass wir woanders Road to Commander machen. Nicht hier bei ähm... Bei MW3. Dann sagt's einfach. Schreibt's in die Kommentare. Dann werden wir bei diesem Spiel das machen. Ich dachte schon, das wäre ein... Eine Abwuchfalle. Ja, er mobbt dich. Also... Bis auch nicht. Boah. Ja. 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 Und wie heißt du auf Facebook? Auf Facebook heiße ich... Ähm... Jolo King. Auch Jolo King. Jolo King. Am Ende mit doppelt ähm J. Mit J. Gut... Um besser mit Ök zu lohnen. Boah, Hitmarker. Loll. Nein, schon wieder Elfe. Ja. Ja, da müssen wir noch mit AC an. Ja, ähm... Kampoke. Nochmal zu einem Wortdokument, ja. Wenn hier was im Video euch nicht gefällt, kommentieren, einfach fertig. Jo. Also, ähm, es wäre so nett, erstmal einen Kommentar zu schreiben und nicht sofort einen Daumen runter, das wäre so nett. Weil... Ja, die sind nicht so die Daumen runter, Fans. Nein, aber es wäre so nett, erstmal kommentieren, wieso ihr uns einen Daumen runter geben wollt und dann... Ähm, dann könnt ihr einfach einen Daumen runter machen. Ja, das war's jetzt für dieses Video auch wieder. Dann sag ich... Hier war euer Pinky Brain. Und Yolo King. Hoffe es hat euch Spaß gemacht. Tschüss, bis zum... Hi Leute, was geht? Hier ist der Pinky Brain 67 wieder am Start und... Yolo King. Ja. Wir hoffen, dass ich heute das Video euch gefällt. Wir machen heute zwei... Zwei gegen zwei. Ja. Na gut, dann wollen wir jetzt starten. Wir werden... Also, ich werde hauptsächlich snipen. Hoffentlich kriegen wir auch so... So coole... So... Mit Last-Get-Trick-Shot und so. Okay Herrschaft. Wir hoffen, dass das Video euch gefällt. Bitte einen Daumen hoch. Ja, dann wollen wir jetzt mal loslegen. Wenn euch... Wenn euch was nicht gefällt... In die kommt's. Ja. Dann... Und wir hoffen, dass wir... Bieresmitsch gewittert. Ja, das hoffen wir immer. Komm, ich bin mal miese und zockt mit MG. Ja. Nein, so Lenten... Wird doch mitkommen können... ich mache kann man lieber ich war er wollte doch bei B-Punkte machen Neun also okay er übertreibt ein bisschen mit seiner Arsch gefickt MP7 ja also ich bin halt nur auf die 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 man auf den Videos nicht gesehen haben ich bin der V2N67, ich bin der PS3 Zocker und ihr könnt mir auch freundlich auf Fragen schicken die werde ich wahrscheinlich annehmen aber nur wahrscheinlich wie soll ich sagen ich bin ein Yonokane bin so klein bin so ein Zocker über die meiste Zeit spiele ich mit dem Pinky Wine irgendwie ein Play 3 ja okay wir waren jetzt beide extrem schlau sind darunter gesprungen hoffentlich verlieren wir jetzt nicht ja wie wärs mal wenn du mit zu B kommst vor allen Dingen Tieflieger ja jetzt ist abgestürzt oder auch nicht ernsthaft was für dumme Tieflieger sind das die fliegen einfach bei mich drüber macht mich gar nicht meinst du wir kommen gleich wieder kommen gleich wieder ja 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 schwör drehen jetzt und komm wieder nein nein das darf ich nicht sagen schon wieder sind die über mich gefühlt das sind ganz schön dumme Tieflieger und das war extrem geiles eben nicht so wie bei meinem Aim Fail die Runde davor das war wieder Aim Fail ich bin ganz der Art ich hab vorwärtser und so läuft bei mir scheiße komm lass mir vorwärtser und ja und noch für die die meine vorigen die es auch nicht gesehen haben ähm ich werde ein Roll to Commander machen und ja ihr könnt entscheiden wo also bei welchen CAD wir sind für alle offen ja außer für ähm Wild and War und alles was da drunter ist MW1 und etc die halt da drunter sind ja das war nochmal die Fels die ich nie wieder kriege nicht so gut übertreiben nicht so gut übertreiben ja schon klar schon klar schon klärchen das war der das war das war nicht so gut ich weiß nicht er 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 die wie konnten die mit weniger von ein wenig als sieben Kills konnten die Tiefliger kriegen und die hatten nicht mehr als Vorrede die hatten nur fünf Kills und hat einen Tiefliger Schade wir haben leider verloren wir hoffen dass es wie euch gefallen hat bitte einen Daumen hoch das war der Pinkiebran 67 und der YOLO KEN viel Spaß beim Video und Tschululu